Britney Spears im Babyfieber Kaum ist ein Ende der Vormundschaft ihres Vaters für sie in Sicht, verkündet ihr Verlobter Sam Asghari, ein Baby mit ihr bekommen zu haben. Oder macht er hier nur einen Scherz, exklusiv. Wir haben ein Baby bekommen, schreibt Sam Asghari, 27, am Dienstag 28. September 2021 in seiner Instagram-Story und fragt seine Community, wie sollen wir sie nennen? In dem Video ist seine Verlobte Britney Spears, 39, dabei zu sehen, wie sie im Takt zur Musik im Hintergrund den eigenen und den Kopf ihres Babys hin und her wippt und glücklich in die Kamera lächelt. Britney Spears, Verlobter Sam Asghari scherzt herum, bei der freudigen Verkündung handelt es sich natürlich nur um einen Scherz und bei dem Bonne-Proppen im rosafarbenen Strampler auf ihrem Arm lediglich um eine Puppe. Doch das Paar scheint sich als Eltern gar nicht schlecht zu machen. Ihr seht euch so ähnlich. Scherzt der 27-Jährige weiter und verrät im nächsten Video, dass Baby sei talentiert in Sachen Tanzen. Sie ist ein Naturtalent, wie ihre Mama, fügt Britney lachend aus dem Off hinzu. Die Sängerin ist bereits Mutter zweier Söhne, Preston, 16, und Jaden James, 15, die aus der Beziehung mit Ex-Kevin Feddelein stammen. Wie sie während einer Anhörung im Juni 2021 enthüllte, ist es ihr aufgrund der Vormundschaft, die ihr Vater Jamie Spears, 69, bereits seit 13 Jahren innehat nicht möglich, weitere Kinder zu bekommen, da sie gezwungen sei, ein Verhütungsmittel zu nutzen. Britney Spears wünscht sich Hochzeit und Baby. Britney Spears und Sam Asghari lernten sich 2016 beim Dreh ihres Slumber-Party-Musikvideos kennen und lieben. Mitte September 2021, nur fünf Tage nachdem Jamie Spears das Ende ihrer Vormundschaft beantragt hatte, verlobte sich das Paar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017